Eingebettet in die Bergwelt der Tauern, schneebedeckte Gipfel und Winterspaß in drei Skigebieten. So empfängt der Salzburger Lungau seine Urlaubsgäste. Er gilt gerade für Familien noch als echter Geheimtipp, denn hier werden die kleinen Schneestars von morgen liebevoll von erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern auf die Ski gestellt. Ich bin die Roswitha, ich bin seit über 30 Jahren wirklich leidenschaftlich gern Skilehrerin. In der restlichen Zeit betreibe ich gemeinsam mit meinem Mann eine Landwirtschaft und bei uns kann man auch Urlaub am Bauernhof verbringen. Und genau der ist bei Stadtkindern besonders beliebt, denn hier kommen sie ihren Lieblingstieren ganz nah. Da haben wir immer sehr große Hilfen. Die Kinder sind besonders gern im Stall und auch Erwachsene natürlich zum Teil sind alle sehr interessiert und freuen sich ganz gut wieder. Nach der Arbeit im Stall geht es ab zum Skikurs auf die Piste. Die Skigebiete Katschberg-Eineck, Großeck-Speiereck und Fanningberg bieten Familien beste Bedingungen für die ersten Schwünge. Ich mache das seit sehr vielen Jahren und mit Kindern arbeiten ist einfach, ja, man hat speziell beim Skifahren persönlich auch große Erfolgserlebnisse und ja, ich arbeite auch gern mit Kindern. Nicht nur die pädagogisch geschulten Schneesportlehrerinnen und Lehrer üben mit den Kleinen. Auch die kuscheligen und lustigen Maskottchen helfen fleißig mit. So wird Skifahren zum Kinderspiel. Grundsätzlich, glaube ich, haben die Kinder auch sehr viel Spaß beim Skifahren. Sie lernen es auch sehr, sehr schnell. Das ist innerhalb von zwei Tagen leicht passiert. Und es ist sicher ein Sport für jedes Kind. Skifahren kann ja jeder, oder? Ja, sicher. Während die Kinder fleißig üben, genießen die Großen der rund 150 Kilometer weitläufigen Pisten aller Schwierigkeitsgrade. Bis ins Frühjahr hinein sorgen die schneesicheren Abfahrten in bis zu 2400 Metern Höhe für Wintervergnügen. Die besonders ursprüngliche Landschaft des Salzburger Lungau wurde 2012 übrigens mit dem Prädikat UNESCO Biosphärenpark ausgezeichnet. Überall findet man neben der intakten Natur urige Hütten, die zum Innehalten und Genießen einladen. Hier werden frisch zubereitete, regionale Schmankern wie Eintöpfe, Bretteljausen und Krapfen serviert, die Kraft für die nächste Abfahrt liefern. Für Abwechslung sorgen abseits der Piste viele zusätzliche Angebote, wie zum Beispiel ein Wildpark, in dem unter anderem Alpakas und Steinböcke leben. Und so wird der Winterurlaub im Salzburger Lungau zu einem wunderbaren Erlebnis in der freien Natur für die ganze Familie. Untertitelung des ZDF, 2020